In diesem Video geht es um die Zeitformen Präteritum und Plusquamperfekt in der deutschen Sprache. Ich erkläre dir, wann welche Zeitform verwendet wird und wie sie gebildet wird. Mit Zeitformen wird beschrieben, ob etwas schon vergangen ist oder gerade jetzt oder zukünftig passiert. Die Zeitform wird mit den Verben beschrieben. Sie verändern sich je nach Zeitform. In der deutschen Sprache gibt es sechs verschiedene Zeitformen. Die Mitvergangenheit wird auch als Präteritum bezeichnet. Die Mitvergangenheit verwendet man als Erzählzeit. Märchen und Geschichten sind in der Mitvergangenheit geschrieben. Mit der Mitvergangenheit beschreibt man Handlungen, die in der Vergangenheit abgeschlossen wurden. Die Vorvergangenheit wird auch als Plusquamperfekt bezeichnet. Die Vorvergangenheit wird bei zwei vergangenen Handlungen verwendet, die nicht gleichzeitig stattgefunden haben. Für die länger zurückliegende Handlung wird das Plusquamperfekt verwendet, für die weniger zurückliegende Handlung das Präteritum. Die Kyurem